moin willkommen zurück zu der neuen folge der stranding sam ist ziemlich am arsch wir werden ihm den gefallen tun und ein kleines päuschen machen dass ich mal eben auch ein bisschen duschen kann mal eben kurz aufs klöchen gehen kann so sam auf auf wir werden eben noch die restlichen sachen die ich jetzt habe eben kurz auf den frachter auf dem lkw tun so was haben wir denn hier klettern, blutbeutel, auch können wir nicht so lassen kommen bevor ich jetzt da hin und her am rum hantieren bin ich muss nur die karre einmal wegfahren weil die können wir nicht einfragen leider bei dem die bei die von den muhlen ist und nicht von richard so einmal im privataum kann ich einmal ausruhen so so Guten Morgen, Sam. Luftabnahme abgeschlossen. Danke für deine Großzügigkeit. Hier vom Ingenieur. Erster Tits von IvoDevo Einheit. Moodle, Zellen oder Schurken? Die große Frage aller Fragen. So, wir gehen einmal eine Sturmsitzung halten. Da dusch uns eben ab. So, wir gehen einmal an. Was ist hier? Was ist hier? Oh, da war ein paar jetzt rückgekriegt, wa? Privatspinnt, okay. So, wenn du in einen Privatraum dusst und schläfst, kannst du neue Gegenstände wie Blutbeutel und Extranaten produzieren. Die alle auf diese Weise produzierten Gegenstände werden in einem Privatspinnt abgeliefert. Abgelegt. Weiter geht's. Ich finde, jetzt sollte man so gesehen schon die Entscheidung haben, Sachen vom Privatspinnt selber mitzunehmen oder nicht. Baby ist online. Die Frau ist weg. Die Frau ist weg. Voilà. Das ist weg. Die Frau ist weg. An ihr Lidze. Ein Mann wie du. Meinetwegen liegt sie hier. Bleiben nur noch wir zwei, Baby. Ich hab nur noch dich. Ich beschütze dich. Was auch passiert. Naja, ein Vorteil hat die ganze Geschichte. Ihr könnt immer noch mit unserem Wagen fahren. Nein, Spaß beiseite. Ich bin mal gespannt, wie die Story weitergeht. Bis jetzt rapfe ich das noch nicht so ganz. Ist das eine jetzt... ...seine Schwester gewesen? Weil... ...vom körperlichen her hat sie sich nicht verändert. Schauen wir mal, wie es weitergeht. So, warte mal. So, warte mal. Die... ...pracht dir irgendwie da drauf aus. Die Waffe. Ähm... ...habe ich jetzt schon eine Waffe mit? Oder... ...ich hab keine mit. Doch, ich hab wohl eine mit. Weil... Weil die würde ich mich gerne... ...eine Halterung haben. Na doch. Aber ich mein, das wär die Schwester gewesen. Ja, das ist ja mal... ...zu viel Spiel durcheinander spielt. Da kommt man... ...mach wie das... ...durcheinander. Also ich zumindest. Okay. Zeit zu gehen. Stopp. Habe ich auch Aufträge angenommen? Natürlich nicht. Wo kommen wir hin daher? Keine Aufträge mitzunehmen. Aufträge. So. Ja, eines ist hier vorne. Materialsammlung Lieferung. 288 Kilogramm. Wat? Ach, wir sind aber jetzt Standardlieferung noch. Und der eine Auftrag? Sam. Viele Kunden fordern dich namentlich an. Also während es für die Erweiterung des chiralen Netzwerks... ...entscheidende Aufträge gibt, die du annehmen musst... ...gibt es andere, die du nach Belieben annehmen oder ablehnen kannst. Aber natürlich liegt es in aller Leute Interesse, dass du so viele wie möglich erledigst. Und so bekommst du mehr Belohnungen. Lieferung frischer Pizza. Dringend. Mit Stern... ...Kreis... ...eller... ...Sternraute. Ja. Markierte Aufträge sind speziell für Sam gedacht. Mit... ...gelben Schleifchen. Markierte Aufträge. Bisher musst du abschließen... ...um im Spiel voranzukommen. Also jetzt wie da oben der... ...Bot Prototyp Lieferung... ...voranzukommen. Andere Aufträge für Sam müssen nicht abgeschlossen werden... ...aber bringen Vorteil zur Abschließung... ...mit... ...Dreieckmarkierte Aufträge richten sich nicht speziell an Sam... ...und können nach Belieben angenommen werden. Also das ist auf jeden Fall ein Auftrag, damit wir weiterkommen. Ja, pass auf. Wir nehmen natürlich alle an. Wir haben einen transportbereiten Bot Prototyp. Du musst ihn zum Verteilerzentrum südlich von Lake Norton City bringen. Wenn sich diese autonomen Lieferbots als zuverlässig erweisen... ...könnten sie unser Liefernetzwerk revolutionieren. Davon hängt eine Menge ab. Sei vorsichtig nach außen. Immer. Brauche ich nix von. Aber wir haben zwei verschiedene. Einmal den normalen und einmal den Landstrecken. Ne, wir brauchen nix. Ich meine, ich hätte noch alles. So... Ne, die Ware hätte ich gerne... ...eher an mich. Auf Pizzen musst du beim Transport gut aufpassen. Weil? Wenn du Mist baust, sie zum Beispiel schräg drängst, sind sie hinüber. Ah! Schräg drängst. Ach ja, komm. Da kommt ein kleiner Fahrzeug. Hä? Metall? Vorräte? Ich muss besser die Sachen lesen. Achso, ich bin Straßenbau. Klar. Und die tun wir auch direkt. Jetzt setzen wir direkt aufs Fahrzeug. Da sind wir die Schieße vollgepackt. Und das kriegen wir trotzdem irgendwie hin. Das haben wir alles hingekriegt. Dann schaffen wir das auch. Und wir nehmen jetzt auch mal... Aufbrechen, ja. Und wir nehmen auch direkt mal die anderen Aufträge jetzt an. Sofort. Ich seh grad, die Pizza wird nämlich kalt. Aber stand da grad 30 Minuten? Diese Aufträge erfordert den Transport großer Frachtmengen. Das könnte sich als schwieriger weisen. Eben zu früh optisch. Möchtest du? Ja. Möchtest du? Ja. Ja doch. Komm. Wir nehmen von denen noch ein paar mit. Falls hier nämlich der Saft unterwegs ausgehen sollte. Ins Fahrzeugladen. Ist voll. Ach doch. Das ist schon schlecht, weil... Weil... Wie viel ist das denn bitte? 29er. Darf ich mich ein bisschen überschätzt? Kann das sein. Na gut. Können wir hin. Mach mal. Wir machen das schon. Jetzt müssen wir jede Menge Sachen rumliegen. Oh, Mist. Die Sachen sind doch markiert, richtig? Ne. Wie da, 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 da. Was auch. Die Pizza müssen wir natürlich mitnehmen. Da, 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 da. Das sind alles Sachen. Die kann ich alle noch einlagern jetzt. Und das werden wir auch machen jetzt. Weil die Schlaftabletten, die sind jetzt nicht so wichtig. So. In Privatspindling. Da liegen die Sachen schon mal nicht draußen rum. Und wir haben sie jetzt erst mal schon mal mit. So können wir uns jetzt schon mal ein paar Sachen kümmern. So. Ah nein. Nicht verwerfen. Wie steht hier? So. Jetzt proben wir uns mal einfach um. Jetzt dürfte da nichts mehr rumliegen eigentlich. Außer unsere, äh... Ja, wie heißen die eigentlich? TCK, äh... Technisches Hilfs... Ne. Auf jeden Fall die Sachen, mit denen wir, äh, Brücken bauen können. Ich nenne sie einfach mal Module. So. Die Pizza machen wir als erstes. Straßenerneuerung. Da. Kann ich jetzt irgendwie hervorheben? Geht das? Das ist die Geschichte mit der Pizza. So. 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 gar nicht da ich jetzt eingelagert die pizza ich habe die pizza eingelagert ne da oben hier vorne ist hier direkt sehr gut wie komm ich hier raus da komm ich raus wir laden die kiste ein bisschen auf ja automatisches straßenbaugerät in der nähe wird es an dann hast du schon bald eine straße ach so das ist schon mal die erste geschichte mir wäre interessant zu sehen wo ich die zeit von der geschichte erzählen kann weil ich sehe nirgends von der zeit sie gegen eine zeit vergangene zeit 139 oder immer verbleibende zeit nein steht da nicht vorher zog sich dort ein highway durch die landschaft die erste expedition hat ein straßenbaugerät zurückgelassen aber das alleine reicht nicht aus du hast kein material für das straßenbaugerät dabei okay kehre nach leckner city zurück und hol dir was du brauchst oder wenn du lust auf was anderes hast könntest du auch mit deinem frachtscanner nach vorräten suchen wie ich habe nicht genug dabei glaube ich genug dabei so kristalle fehlen mir kristall habe ich genug dabei passt ich habe nicht genug sache normal sehr schön alle wege führen in die usa toll gemacht klicks und klicks das ist erst der anfang der bau eines kontinentalen verkehrsnetzes ist entscheidend für unsere zukunft setze da unbedingt jedes straßenbaugerät ein dass du findest um unsere haupt und nebenstraßen wieder aufzubauen das hat aber nicht viel gedauert da wäre deine arbeit wenn du von küste zu küste fahren könntest ist ja viel einfacher aber es wird auf jeden fall was dauern die pizza noch dabei ich hoffe es ich weiß wo ist denn hier was ja ich weiß' zerstört Oh, ja, da war. Oh, da ist... Ach, da haben sie wieder Spaghetti. Lieferung kommen. Ach, da bin ich schon wieder. Sie haben eine Pizza Hawaii bestellt. Was? Die gesamte Benutke Frat ist bereit. Die Lieferung der Auftrag... Achso. Ich habe jetzt gedacht, ob ihr die Hälfte vergessen oder so? Lieferung abgeschlossen. Zeige Leistungsbeurteilung. Ja. 30 Minuten und ich habe... Ach, guck mal, ich hätte noch... Awesome. Ah, guck mal, da... Pizza-Lieferung. Jetzt haben wir... Vielen Dank für die Unterstützung. Gerne. Gute Arbeit. Das werden wir gerne. So. Das haben wir jetzt erledigt. Na, 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 na... So. Ich muss mal gucken, was ich dann Frachten dabei habe. Der Traktik hat mir gar nicht angezeigt, oder? Doch. Ich habe nur die Waffen drauf. Der andere war hier, sag schon, äh... Metall und sowas für die ganzen... Anderen Sachen. Ich muss immer... Ich muss immer in den Aufträge gucken. So. Hier haben wir noch was. Mhm. Schlaftabletten. Schlaftabletten habe ich im Lager gelassen. Äh... Naturistens das Holz. Skulpturen vom auftrebenden Künstler. Okay. Schau mal, ob die Hände... Ah ne, ich muss ja von vorne rein kommen. Ansonsten komme ich hier nicht rein. Oh, Schrifte. Juhu. Oh, oh, oh. Ja, ging doch noch gut. Ein aufrichtiges Dankeschön. Da, lass mal Trinkgeld da, ne? Ich kann kein Gas geben. Jetzt. Was wird denn wieder? Akku vom Takt ist nicht mehr besonders voll. Ja, ich gebe mir eine Mühe. Komm her, wenn du durch jeden Bach, den ich fahre, wird da... Oh, geht der Akku richtig einmal in die Knie. Oh, da kommt man, wo ich jetzt reinkomme. Ich füte nur einen Eingang. Guck ich von mir raus da rein? Nee, ich glaub nicht. Da ist ja ein... Oh, wohl doch. Doch, ich komm. Akkus fast leer. Oh ja. Oh ja, oh. Akkus vollständig geladen. Jetzt gucken wir mal, was wir noch mitnehmen können. Jetzt sind wir hier. Ich würde gerne, ich würde gerne, ich würde gerne, ich würde gerne. Einmal mein Privatspin-Gen. So. Und dann sind wir die Prototypen-Teile. Das sind die ganzen Schlaftabletten, die mir aber alle mit. Ich glaube, das Problem ist, dass das viele kleine Pakete sind. Deswegen können wir die ganze Geschichte nicht direkt mit. Kunst. Einfach mal drauf, okay. Können wir die auch noch drauf? Tatsache, ich komm auch noch rein. Nee, können wir nicht mehr rein. Das ist zu viel. Gut, dann müssen wir dafür nochmal zurück. Nachher. Hauptsache, da haben wir schon mal die anderen Sachen drin. Da können wir noch ein paar nehmen und machen. So. Das war's. Oh, ich hab jetzt nicht mitgedacht. Ich hab ja noch Sachen auf dem Rücken. Aber doch, das geht noch. Wenn wir mal gucken. Jetzt brauchen wir nämlich... Ah, die wir nicht dabei haben, die sind mit Xen. Und die wir dabei haben, die sind dann so freigeschaltet. Gut zu wissen. Was ist das? Da ist ja irgendeine Lieferung. Ich scheine, die fragt ja dabei zu haben. Carami XL. Dann die. Dann die. Und dann müssen wir abends mal, glaube ich, mal gucken, ob wir uns mal aufladen können. Aber, hey, das Holz... Doch, das Holz hab ich auch dabei. Klar, hat gepasst. Ja. Gut. Eben voll speed. Nein, die Karre. Komm, warte mal auf. Ho, 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 ho. Das war knapp. So. Die Geschichte ist irgendwo dahinter. Kann ich denn nicht von da aus hier irgendwo dahin? Bin ich denn da rechts? Hier, komm ich gar nicht raus. Aber ja, hat schon erledigt. Ich bin da aus irgendwo. da zwischen den Schluchten, oder? Zieht nach dem Weg aus. Oder auch nicht. Ja, kommt der. Ich mach euch alles fertig. Ich bin gut gelaunt heute. Nee, ich komm da nicht rüber. Falsch gedacht. Oh, das ist wirklich so gut aus. Ja, lass ich mal kommen. Ah, da nach C können wir erstmal fahren. Ich glaube, ich hab jetzt von hier irgendwie schon nicht mehr. Oh, da zwischen passe ich doch. Das ist ein Schraub. Die Schraubung wird geschlossen. Die Karten werden geblüht. Angeschlossen. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Wacht geprägt. Dach Jungen. Schraubartig. Liefern. Was? Angefreuerte Fahrt. Nichts zuen und schließen? Nein. Ich hab... Ich hab die Künstlergeschichte noch gar nicht... Hab ich die mit? Ich hab jetzt gesagt... Der zeigt mir die anwesend, die ich dabei hab. Stopp. Moment. Stofftabletten. Doch. Kunstzweck. Da ist sie doch. Ach so. Ich muss das in der Hand haben jetzt. Hm. Warte mal nur wieder zu schnell. So. So. Das misch ich an. na... hatte viel arbeit wenig geld naja die fracht ist ein top zustand wo haben wir jetzt dazu da fragt zustand aber das was dazu gekriegt so nächste lieferung da hinten gefahren erst mal noch aber warte mal wenn ich gerade aus war kann ich den wagen wieder aufladen 900 doch das ein bisschen es war nicht so weit weg aber das ist ein bisschen schickiger ja wir gehen erst mal hinten hin Ja! Irgendwie schmackt gerade meine Tastatur ein bisschen. So. Hinten, ne? Genau. Das ist ja Mew-Gebiet. Aber es sollte nicht mehr kriegen. Wir haben ja mittlerweile Erfahrung mit den Jungs. Oder sind wir alle vom letzten Mal? Ich sehe keinen. Gar keinen. Da wird mir was angezeigt, was sehr interessant sein könnte. Ich muss mir die Beine vertreiben. Das ist jetzt echt keine Sau. Was haben wir hier? Ein Chip, oder? Na, geht doch. Aber gut, dass die Fracht da bleibt, dass sie nicht verschwindet auf Dauer. Das setzt sich gerade an meinem Fahrzeug an. Ich glaube nicht, dass ich das bis dahinten schaffe. Und ihr seht auch nicht so aus, ob ich irgendwo was zum Aufladen hätte. Heißt, wir werden hier auch nochmal eine mobile Station hinwachen. Wenn wir auf der sicheren Seite sind. Und ich glaube, Wachtturm wäre auch mal nicht schlecht, ne? Ich kann meine Konstruktion nicht sehen. Ist das richtig? Ha, hast du Mew-Gebiet nicht? Hm. Tut mir leid, Sam. Ich fürchte, du musst die Konstruktion woanders errichten. Das ist blöd. Ich markiere diese Stelle als verboten. Ich weiß jetzt, wie weit muss ich jetzt rausfahren, damit ich das Ding jetzt bauen kann. Ohne Scheiß, wenn ich jetzt da über den Bach fahre, ist der Akku leer. Boah, ich kann jetzt weiterfahren. Da ist er. Ah, guck mal da. Hier kann ich hier auf der Stelle. Also heißt, hier kann ich bauen. So, jetzt kommt's. Ich komm da lieber runter. So, jetzt kommt's. Ich komm da lieber runter. So, jetzt komm ich da hinten. Oder hier eher. Ich denk mal eher hier irgendwo. So, über den Bach. Oder auch nicht. Ja, da sind wir sonst um hier rauszukommen, weil ansonsten haben ich das gleiche Problem wie gerade eben. Ich kann sagen, dass ich keinen Saft mehr habe. Und die Karte hat glaube ich keine Solar. Ja. Ja, Aufladen tun wir gleich. Oh, ich hoffe, ich muss die Scheiße jetzt nicht mit mir schleppen. So, Auggie. Einmal den Speicherstück hier rüber ab. Der große Lieferant schlägt wieder zu. Besten Dank. Freunde, dann kannst du dir jetzt noch einen Handstein ansehen. Honda. Vielen Dank für deinen Beitrag. Ich hab die doch im Wagen. Kinder. Die macht mir das Leben echt schwer. Ich dachte, wenn ich die zumindest hier mit einem Fahrzeug hier vorne habe, kann ich die... Manchmal geht das, manchmal nicht. Musat Holz. Da. Bei meinem Glück fallen ja auch gleich alle runter. Bei meinem Glück fallen ja auch gleich alle runter. Bei meinem Glück fallen. Das wird geliefert. Ah, du bist es. Wie geht's dir? Bescheiden. Wow, es war sicher nicht leicht, das alles zu tragen. Oh, der Handwerker hat die folgende Programmdaten und wir haben jetzt die Waffe Stufe 2, ne? So erhöhen wir die Stufen. Ich habe übrigens was für dich zur Seite gelegt, vielleicht kannst du damit ja mehr anfangen als ich. Du kannst es jederzeit mitnehmen. Der Handwerker möchte dir, er hat dir eine multiplizierte Blutgranate geschenkt. Oh, die nehmen wir mit. Wieso habe ich keine Waffe mehr wieder mit? Ach, die ist da oben gelandet. Oh. Das ist lästig. Finde ich. Bzw. nervig. Bzw. nervig. Entsprechend die Mundis bekommen. Also ich spreche jetzt hinten bei dem Ingenieur. Wer wohl noch ein paar Pakete abliefern müssen. Dann geht auch unsere Beinprothesen auch ein kleines Upgrade. So, wo die Schlange ist. Ach, ich muss den Berg hoch, ne? Das wird jetzt lustig. Weil ich muss nämlich dann denkt mal hinten rum. Weil da vorne rum kommt mit dem Wagen nicht. Und die ganzen Sachen schleppen, glaube ich nicht, dass es klappt. Ich mache hier auch kurz einen kleinen Zwischenstopp. Und dann müssen wir da hochkommen mit den ganzen Sachen. Und dann heißt's... Ich versuch's mal von da hinten. Was ist das? Der ist versteckt? Seht ihr das richtig? Tatsache. Ich versuch's in den Klamotten mit. Ich versuch's weiter. Flachen Hologramm. Oh, wie komm ich jetzt mit der Kamera hoch? Fliegen geht nicht. Oh, ob da überhaupt weiter geht wirklich? Oh nein, 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 nein. Ach, bitte, dass da hinten eine Art Weg hochführen. Ist das ein Bach? Ich hab's ja mal ne. Ich hab's ja mal ne. Ich hab's ja mal ne. Ich hab's ja. Die Schütte. Ich hab's ja mal ne. Mal sagen wir mal so, es gibt die Wege, aber ich hab' ihn noch nicht gefunden. Wir laufen jetzt mal zu Fuß und gucken wo man dann ungefähr in die Richtung kommt. Hallo? Hier kommen wir auf jeden Fall hoch, die Frage ist, geht da doch weiter? Leute, das wird sich nachher hier. Ah, guck mal, die Jungs. Da Jungs. Oh na, warte mal. Wir haben es auch noch geschafft. Oh Leute, die Waldweg. Ich versuchte nur einmal. Jetzt geht das. Da sind wir Pakete, ne? Danke, dass du mich wieder besuchst. Es ist immer schön dich zu sehen. Sehen wir uns das Paket mal an. Wow, das ist klasse. Großartige Arbeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Der Vorteil ist, da hinten gehen die Sachen nicht kaputt. Awesome. Warte. Fachzustand. Bis zum nächsten Mal. Gute Arbeit. Neuer Auftrag. Empfindlich. Empfindlich. Ah, wie genau. Zum Handwerker. Okay. Die Frage ist, kann ich die Sachen nur hier annehmen? Oder auch woanders? Ich meine, die zwei Sachen liegen ja auf dem Weg. Der jetzt nicht unbedingt, aber das werden wir auch hinkriegen. Alles in den Wagen. Die Kamera ist echt praktisch. Muss man lassen. So, müssen wir nur gucken, wie wir hier runterkommen. Vor allem mit der Energie, die wir noch haben. Heißt, hier oben können wir nochmal ein Ding bauen. Weil ich sage, wir haben hier öfters mal liefern. Achso. Ah, hier. Ah. Hier. Ah. Ah. Ich vermisse heute mal noch so ne kleine Erklärung. Wie zeige ich mir hier für den Wachtturm. Was klingt der mir wirklich? Oder was schützt der wirklich? Wenn ich den jetzt baue. Oder es kennt der für mich die Umgebung. Was sollt? Einen baue ich jetzt einfach mal. Hier. Mittendrin. Ah. so Wachtturm benutzen Ah, ich habe einen Ausguck Einmal in die ganze Umgebung Ah, okay Ah, heißt das Ich brauche ja nicht mehr Ah doch, scannen muss ich trotzdem noch Ich hatte ja gezeigt, er mir die auf dem Hub so an Die Sachen Naja, egal Die Karre ist voll Das sieht aus wie eine Straße Lass mich raten Es ist aber keine Straße Oh, doch könnte gut gehen Äh, äh Ne, es geht nicht Das geht auch nicht Können wir schon knicken Ne, aber wir können mal eben Wegpunkte sitzen Wir müssen auf jeden Fall wieder zum Ingenieur Zu ihm Den haben wir immer noch Und die können wir mal wegmachen Eins, zwei Die Sachen habe ich nicht mit Die sind da im Spind Ah, jetzt muss ich gucken, wie ich hier runterkomme Meine Herren, das ist doch zum Ihr wisst schon Ich habe schon wieder so, gehen wir mal wieder den Weg zurück zu dem wir, durch den wir gekommen sind ich hoffe, das ist halt der der war das ja, ich weiß ja schon, viele metallische, aber wenn ich jetzt den Wagen nur voll haue, bis jetzt ist mir aufgefallen, dass ich nicht sehr weit ah, da kam ich von da oben Mist, 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 Mist und ja, ihr wird lachen ich versuche die Rückkehrsgänge reinzukriegen jetzt ich habe dran müssen, wenn ich jetzt mit voller Möhre den Hang runterfahre dass mir die Kamera am Arsch geht um es Das war's. Einermaßen gut aus Ich kann mich auch täuschen Oh, hier geht's runter Hier geht's steil runter Ja, hier geht's sehr steil runter Nein, oh, oh, oh Komm, halt die Kiste jetzt mal schnell Ich könnte versuchen, hier schräg runter zu kommen. Aber dann glaube ich, dann besteckt sich die Kiste. Oh, nein, 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 nein. Ich komme nicht mehr raus. Das war's. Mist, 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 Mist. Oh, das war mehr als knapp. Wir haben es geschafft. Das war nicht so, wie ich es wollte, aber... Wir haben es geschafft. Unwegsames Gelände durchqueren. Das Durchqueren von dem Geschenkel in einem Fahrzeug erfordert in Einsatz spezieller Technik, sowie ein sorgfältige Routineplanung. Routenplanung. Ich wäre ja für eine Brücke hier viel will, als für eine Straße. Hallo? Das sind Staten, die habe ich nicht gesehen. Und ich fahre noch eine Frage, die können wir ja mal mit mir. Nur mit 10. Ich habe jetzt hinten drin, direkt automatisch. Oder liegt die jetzt da? Alles klar. Ne. Ähm. Manu-Goland. Ah, da lang. Das ist mir nur der Akku reichen. Da hinten sehe ich diese Säule schon. Wenn wir schon dranbleiben. Ja, dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Hey, meinst du schwerer? Schwerer, schwerer, schwerer. Der winkt. Das war doch Alloy von, äh, Dings, äh, Horizon. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Und dann die Angeforderte. Fracht wird geliefert. Oh, hoffentlich ist die Hand bei den Urlaub dann. Fracht wird geliefert. Hey, Sam. Wie geht's? Oh, geht. Die Fracht ist wie neu. Wie zum Teufel hast du das geschafft? Oh, so. Ich habe übrigens was für dich zur Seite gelegt. Vielleicht kannst du damit ja mehr anfangen als ich. Du kannst es jederzeit mitnehmen. Was ist das denn? Ist das denn? Ist das denn? Hä? Achso, wir kriegen noch eine geschenkt. Aha. Die können auch wieder umrücken. Hm, du hast da einen Teil getan. Jetzt bin ich an der Reihe. So, ein paar Aufträge haben wir erledigt. Oh, ich finde das geil, dass man die jetzt aussieht. Ich hätte mir vorher gar nicht ge... Oh, guck, wie viele. Immer schön dranbleiben. Oh, das ist aber jetzt... Dankeschön. Dankeschön. Auch jetzt gehe ich ja nicht mehr. Hallo. Ich bin die Stiefel. Ich kann mir immer dann eine Sache von beiden aussuchen. Das finde ich gut. Achso. Ah, das sind die... Der nimmt sich die Schlafftablette der Eilton und bringt die jetzt da oben hin. Ah, jetzt verstehe ich. Erließ mal die Leute, die die anderen Frachten annehmen. Und damit beenden wir auch erstmal diese Folge. Ich hoffe, ihr habt die Folge gefallen. Wenn dir die Folge gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Lasst ein Abo da. Schreibt mir in die Kommentare. Ansonsten, danke fürs Einschalten. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschau.